Jedes Jahr erkranken zehntausende Männer in Deutschland an Prostatakrebs. Das Prostatakarzinom ist der häufigste bösartige Tumor bei Männern und die Neuerkrankungen nehmen zu. Denn wir werden älter und die Untersuchungsmethoden besser. Schmerzen, eine Beeinträchtigung beim Wasserlassen oder sogar Blut im Urin können deutliche Alarmzeichen sein. Männer ab 45 Jahren sollten sich umfassend über die Prostatakrebsfrüherkennung informieren. Neben einer digitorektalen Tastuntersuchung kann auch der PSA-Test sehr sinnvoll sein. Schauen Sie nach vorn. Die Heilungschancen bei Prostatakrebs sind gut, vor allem wenn er früh erkannt wird. Bleiben Sie aktiv und leben Sie gesund. Untertitelung des ZDF für funk, 2017